Hey YouTube, wir reden jetzt über Darts, eigentlich über Transfrauen im Sport, was ja immer ein viel diskutiertes Thema ist, obwohl es eigentlich gar kein so komplexes Thema ist. Wenn man nicht diskriminiert ist, dann kann man sich da tatsächlich relativ schnell auf Dinge einigen, wenn man das möchte, wenn das das Ziel ist. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, meistens ist es in Diskussionen eher Menschen auszuschließen, zum Beispiel als Transfrauen aus Fach ausgeschlossen wurden, da ging es dann, dann hat es schon ein bisschen absurde Ausmaße angenommen. Also ist auch einfach ein wildes Statement, weil die gehen ja davon aus, dass Transfrauen Männer sind und die sind dann so, boah, Männer sind ja viel klüger als Frauen das sind. Die sind ja massivst klug einfach und Frauen sind ja gar nicht so. Die sind ja also einfach auch schlechter als Männer. Einfach objektiv, klar. Und deswegen muss man sich aus Schach auslesen. Das war schon wirklich ein auch sehr feministisches Anliegen, kann man nicht anders sagen. So, und deswegen schauen wir, wie das beim Darts ist. Ich habe ja auch schon Darts gespielt und gezeigt, dass ich einfach eine Überfliegerin bin. Ich meine, wir haben es geschafft, ins Halbfinale zu kommen. Konnten natürlich nur wegen mir, nicht wegen Mauki, weil Mauki gerade im Halbfinale auch echt gut gespielt hat. Nein, 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 weil ich Trans bin. Deswegen sind wir so weit gekommen. Auch nicht, weil ich gut gespielt habe, sondern einfach nur, das war der Fakt. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, weil die niederländische Noa Lin van Lui, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, das tut mir leid, hat sich als erste Transfrau für die Darts-Weltmeisterschaft des Weltverbandes PDC Ende des Jahres qualifiziert. Übrigens, Transfrauen machen da schon länger auch im Profisport mit, nicht erst seit dem Selbstbestimmungsgesetz. So, das ist jetzt auch wieder shocking. Aber, ja, das ist tatsächlich so, das ist tatsächlich das erste Mal dann. Also, es ist jetzt nicht so, als wären Transfrauen so krasse Überflieger, weil sonst wäre das schon lange so. Das finde ich auch immer so wild an der ganzen Argumentation, weil jetzt gerade ist das so richtig populär. Transfrauen im Sport gibt es tatsächlich schon seit ein paar Jahren. Und tatsächlich war davon noch keine so krasse Überflieger. Ich bin so, ich sehe Diskussion nicht. Es gab eine hier, Laurel Hubbard hat es mal zu Olympia geschafft, ist dann da letzte geworden, aber sie war mal dabei. Was natürlich schon eine krasse Leistung ist, aber so dieses, ja, jetzt machen Transfrauen im Sport mit und deswegen gewinnen die alle, ist es halt einfach nicht wahr. Also, es ist einfach falsch. Aber, ja. So, die 28-Jährige gewann in der Frauenserie das Turnier in Leicester und sicherte sich damit vorzeitig ein Ticket für den Darts-Höhepunkt des Jahres im Londoner Alexander Palace. Ich habe noch nie Dart-WM geschaut, also ich habe bei mir beinahe mitgespielt, aber noch nie geschaut. Aber ich glaube, das ist echt cool. Also, seitdem ich jetzt Darts mal gespielt habe, muss ich sagen, es ist voll das coole Spiel. Das macht doch übelst Spaß. Wir haben auch zu Hause immer noch eine Darts-Scheibe und spielen da regelmäßig. Das macht einfach Fun. Noted Transmenschen sind schlecht im Sport. Moment, das habe ich nicht gesagt. Also, meistens tatsächlich, gerade aufgrund der Diskriminierung, ist es sehr schwer für sie, auch dann im Sport teilzunehmen, weil dann einfach ein psychischer anderer Druck nochmal auf denen lastet. Ja. Aber das macht sie ja nicht für sich schlechter. Übrigens, es wäre auch vollkommen okay, wenn eine Transfrau mal im Sport gewinnt. Also, versteht mich da nicht falsch. Es ist halt einfach nicht das, was passiert. Auch wenn Menschen davor so viel Angst haben. Aber es wäre auch vollkommen okay. Also, Transfrauen dürfen auch gut im Sport sein. So, ich bin es nicht. Aber nur deswegen will ich ja andere Menschen nicht davon abhalten. Das muss so sein. Ich glaube, Lecester spricht sich Lester aus. Ich glaube, das heißt Booster. Booster-Sauce. Na gut. Die Wärme ist ein gemischter Wettbewerb, der nicht nach Geschlechtern getrennt ist. Oha, aber wie kann das denn sein? Ist das nicht unfair? Gewinnen dann nicht nur Männer? Pan- Moose- Chester- Ch- 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 Le- Lecester. Pan- Warte, was spricht man jetzt da aus? Einfach zu kompliziert. Staat in der Frauenklasse ist nicht unumstritten. Weißt du, es ist gemischt. Es ist nicht nach Geschlechtern sortiert, aber trotzdem ist es umstritten, dass ein Transport drin vorkommt. Das ist trotzdem ein Problem. Weil zum Beispiel, was ist, wenn wir bei der Darts-WM Toiletten sind? Mal darüber nachgedacht. So war ein Anker und Aileen de Graaf aus Protest aus der niederländischen Nationalmannschaft zurückgetreten. Ach cool, das ist ja super chillig. Im Mai weigert sich die englische Darts-Spielerin Dieter Hettmann bei einem Turnier in Dänemark gegen die Niederländerin anzutreten. Offenbar wegen ihrer Transidentität. Also, Transfeindlichkeit. Also, ich würde gerne jetzt noch die Begründung lesen, aber da gibt es meines Erachtens nach jetzt keine gute Begründung für. Noorlin von... Ah, von Böwen. Die wird gestern. Nee, das ist nicht ausgesprochen. Ich glaube, ich bin hier gerade im falschen Tag. Hatte ihre Premiere im Profi-Darts im Herbst 2022 gefeiert. Sie selbst äußert sich in Darts-News zum Hass gegen ihre Person. Das ist ätzend, aber ich versuche mir das nicht mehr sehr zu Herzen zu nehmen. Aber das ist halt so kacke, dass gerade Transpersonen, die irgendwie in der Öffentlichkeit stehen, wo auch gerade im Sport aktiv sind, sich immer sowas ausgesetzt sind. Das ist halt so eine hohe psychische Belastung, die, glaube ich, auch immer wieder unterschätzt wird, die halt eben Transmenschen ausgesetzt sind und dadurch, dass eben auch erschwert wird, gerade halt im Profi-Sport mitzumischen. Und das ist halt auch immer wieder ein Problem. Aber also hier an der Stelle ist es halt auch wieder so komplett. Also selbst wenn man sich denkt, ja, Männer sind ja, Transfrauen sind ja Männer und Männer sind ja im Sport besser, was ja einfach nicht so ist per se. Das kannst du so generalisieren, einfach nicht sagen, weil Körper so unterschiedlich sind von Person zu Person, dass du das einfach nicht so generalisieren kannst. und auf der anderen Seite ist halt hier einfach auch einfach gemischt. Und da sehe ich schon zehnmal nicht den Punkt. Imagine, du hast zusätzlich zum Druck, der E-Bide so turnieren ist noch das. Ey, ja, das ist braunvoll. Und wenn du dann noch rockst, dann ist es übelst krass. Weiter erklärte sie, ich denke, das Einzige, was ich zu diesem Thema bedauere, ist, dass viele Leute vergessen, dass ich auch ein Mensch bin. Ja, das ist, das ist sehr, sehr oft der Fall. Also gerade wenn es dann über das Internet geht oder so, dass Menschen auch so die ekligsten Sachen schreiben. Ich habe auch schon die ekligsten Sachen über mich gelesen, die wirklich, wirklich widerlich sind. Und ich denke mir jedes Mal, da sitzen Menschen dahinter so und die, teilweise machen die das ja als Witze und als Spiel und merken nicht, dass da Menschen mit Gefühlen hinter sitzen. Also auch Transmenschen haben Gefühle. Ich weiß, dass das brauche ich, dass ich das gerade sagen muss, aber es ist im Endeffekt Menschen. Und die lesen das und bekommen das mit. Also das geht nicht komplett an einem immer vorbei. Gerade wenn dann Menschen auch noch raustreten aus dem Grund von Transfeindlichkeit und sagen, nee, mit der spiele ich hier nicht. Das ist halt einfach, halt auch auf Dauer einfach schmerzhaft. Laut den Regularien, das Niederländischen Dartsverband ist in Transfrauen berechtigt, in der Frauenklasse zu starten, wenn sie gemäß ärztlicher Bescheidung die Transition seit mindestens einem Jahr abgeschlossen haben. Also es gibt auch noch tatsächlich Vorkehrungen und Regularien, was das angeht. Aber das interessiert ja auch wieder nicht, sondern, aber ich verstehe auch nicht, was da jetzt, also was ist da der Punkt. Ist aber sehr vage. Ja, natürlich ist das komplett vage. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch so, warum sollten jetzt Transfrauen einen Vorteil in Darts haben? Also jetzt mal. Hä? I don't get that point. Aber gut, ja, das ist, das ist doch, es geht voran. Es gibt tatsächlich Transmenschen jetzt im Sport und das ist was sehr, sehr schön ist. Und das ist auch richtig krass, wie stark sie ist, weil sie das Ganze aushalten muss einfach. Aber finde ich super cool und voll das Vorbild halt auch gerade für junge Transmenschen, die auch zum Beispiel sagen, sie möchten halt auch Profisport machen und vielleicht auch in der Öffentlichkeit stehen. Ich finde das halt richtig schön, weil gerade im Profisport ist es halt super schwierig als Transperson, weil du halt übelst viel Diskriminierung erfährst, auch gerade in öffentlichen Debatten in Anführungszeichen. Ich weiß nicht, ob man das so nennen kann. Und deswegen ist es umso schöner, dass man halt irgendwie dann mal so Bilder und auch Vorbilder hat, die eben dann da sind. Aber umso grausamer ist es natürlich auch wieder zu sehen, wie die Öffentlichkeit dann teilweise damit umgeht und wie grauenvoll Menschen damit umgehen und Hetzen, Hass verbreiten. Das ist unfassbar, wie sehr sich Menschen daran stören können, dass jemand trans ist, wo ich mir denke, was ist daran schlimm. Beeinträchtigt dich ja auch in keinster Art und Weise, aber trotzdem hauptsächlich mal ein bisschen drüber ranten. Das ist ja das, was wir am besten können, auch in Deutschland. Bei den Darts haben wir zwar nicht zwischen den Geschlechtern unterschieden, aber für die Qualifikation für die WM gibt es drei Plätze, die nur für Frauen reserviert sind und die die Frauen über Frauenturniere erreichen können. Okay, interessant. Aber es ist halt auch da eine Sache von wegen Geschlechterunterschiede. In Darts ist das ein Riesending oder ist das eher körperliche Unterschiede, vielleicht vom Größen her, vielleicht macht dann auch Muskelaufbau was her, aber das ist ja wieder nicht geschlechtsspezifisch, sondern einfach personenspezifisch und darin könnte man ja einteilen in körperliche Merkmale, aber nein, lieber nach Geschlechtern sortieren, das übelst eine vage Sortierung ist, weil jeder Körper super unterschiedlich ist, anstatt irgendwie was faireres in Anführungszeichen zu machen. Richtig fair ist ja gerade Profisport überhaupt nicht, weil Menschen mit Vorteilen, körperlichen Vorteilen, für die sie nichts können, haben halt deutlich bessere Chancen im Profisport zu landen, bei derjenigen Sportart halt eben. Das ist ja, also jeder Profisportler hat ja irgendwas, was krasser ist, als beim Durchschnitt der Person, gerade bei Menschen, die irgendwie bei WM oder bei Olympia oder sowas landen, sind das ja Menschen, die einfach körperlich in irgendwas einen Vorteil haben, was zu dieser Sportart beifügt. Und dann gibt es halt die Menschen, die aus diesen Vorteilen halt nochmal richtig viel rausholen, das ist ja trotzdem viel Arbeit, also nur weil sie die Vorteile haben, ist es nicht, dass sie krass im Profisport sind, weil dazu gehört natürlich auch noch massivst viel Training, aber es gibt Menschen, die einfach zum Beispiel an dem Punkt, wo die teilweise sind, nie hinkommen können, weil der Körper einfach Nein sagt, so. Wegen anderen Gegebenheiten. Aber ja, keine Ahnung. Dazu kommt natürlich, dass gesellschaftlich so ist, dass Männer eher auf so Sportsachen getrimmt sind in der Erziehung, gerade auch sowas wie Darts ist ja etwas, was auch vorrangig von Männern gespielt wird, weil es eben gesellschaftlich eher daran geknüpft ist, das heißt nicht, dass nur Männer Darts spielen, das habe ich nicht gesagt, nochmal hier zur Differenzierung, sondern dass das halt eher ins Bild gehört und passt, weil Frauen sollen ja brav zu Hause sitzen und alles machen so im Haushalt und Männer sind ja dann diese starken, in Anführungszeichen starke Geschlecht, was ja gesagt wird und müssen im Sport immer gut sein und das hast du nicht gesehen. Und das spielt natürlich auch damit rein, also einmal die Sozialisierung, ob jemand besser im Sport ist oder nicht, weil manche halt viel früher damit anfangen, also im Durchschnitt fangen halt dadurch dann Männer früher mit sowas an. Und auf der anderen Seite spielt natürlich auch rein, dass andere Trainings da sind, weil zum Beispiel gerade, wenn man in den Fußball guckt, werden halt die Männermannschaften deutlich mehr bezahlt und können deutlich mehr von denen, können das komplett hauptberuflich machen und nicht nebenbei noch was anderes und hast damit halt automatisch mehr Training. Relativ logisch. Und auf der anderen Seite fließt halt da viel, viel mehr Geld, aufgrund dessen ist natürlich auch die Art des Trainings deutlich kasser und intensiver und die haben halt deutlich bessere Trainingsmittel. Was natürlich auch immer wieder einen Unterschied macht. Also muss man immer schauen, wie sehr sind die Unterschiede da gerade im Sport wirklich körperlich bedingt und wie viel ist da gesellschaftlich bedingt und deswegen ein Unterschied da. Das finde ich immer eine wichtige Frage, die man vielleicht sich mal stellen sollte, um mal ein bisschen zu reflektieren. Genau. Und mir auch vielen lieben Dank für die 15 Streams. Magic ist der bessere Sport, da gibt es keine Trennung, es hätte sogar mal ein Non-Banning-Person eine Proto gewonnen, das ist cool. Ich habe schon mit Magic-Profis gespielt auch on-stream, das war cool. Aber ja, Magic ist... Ne, ich finde Magic, da haben wir auch Männer Vorteile, das ist wie bei Schach. Das ist doch ganz klar. Okay. Trans-Person wird einfach das harte Training, das man machen muss, da auf so ein Level zu kommen, abgesprochen, ja. Das stimmt. Ja, weil jede Trans-Person im Sport halt einfach übelst krass ist. Also wenn ich jetzt im Frauensport mitmachen würde, würde ich halt automatisch gewinnen. Das ist aber auch, dass ich weiß, die ganzen blöden Cis-Dudes, die dann das da gegen Trans-Menschen argumentieren, die dann sagen so, boah, ja, ey, dann könnte ich ja auch einfach sagen, ich bin eine Frau und dann bei Sport gewinnen. Und ich denke mir so, könntest du nicht. So, tut, du gehst jeden Tag irgendwie in eine Bar, um Bier zu trinken und arbeitest sonst den ganzen Rest. Du bist nicht die Person, die da erst gerade irgendwie zu Olympia gehen würde und gewinnen würde, einfach so. Also das ist nicht der Punkt. Die haben jahrelange, jahrzehntelanges Training hinter sich. Also, einmal so viel Selbstbewusstsein haben würde ich gerne. Ah ja, Körpergröße macht beim Darts aus keinen wesentlichen Unterschied. Ich habe keine Ahnung, was beim Darts wichtig ist. Das war einfach nur so, das könnte sein, weil man natürlich aus einem anderen Winkel dann wirft. Die Kraft hier auch anders ist, wenn man von oben wirft, als von unten. Ich dachte, vielleicht ist da ein Unterschied. I don't know. Der Rekordweltmeister ist auch 1,60. Andere Spiele von über zwei Metern hatten gegen ihn selten Chancen. Vielleicht aber auch der Winkel da kacke. Ich habe ja keine Ahnung davon. Also, vielleicht macht das auch einfach gar keinen Unterschied, weil jeder das anderes gewohnt ist. Das war nur ein Beispiel. Gerade in diesem Sport gibt es weniger körperliche Vorteile, deswegen mag ich es ehrlich gesagt lieber als andere Sportarten. Ja, finde ich halt auch cool. Immer nur der Körper, sondern auch das Material. Ich bin Jugendwart eines MTB-Cross-Country-Vereins und da ist es oft, dass finanziell besser gestellte Familien ihren Kindern durch die materiellen Vorteile verschauen. Ja, absolut. Und es gibt keine Regularien. Ja, das ist halt, finde ich, ein wichtiger Punkt, der leider oft vergessen wird. Natürlich gibt es Menschen, die haben körperliche Vorteile gegenüber anderen. Aber ich würde das halt nicht an Geschlecht festmachen, sondern an körperlichen Merkmalen. Also, beim Basketball habe ich einen Vorteil, wenn ich größer bin. Das ist ganz egal, welches Geschlecht ich bin. Das ist ein Punkt, der halt wichtig ist. Da sind natürlich auch andere Punkte wichtig, aber eben nach denen kann man ja auch zum Beispiel sortieren. Oder beim Weitsprung, Hochsprung ist auch die Körpergröße ein sehr entscheidender Faktor. Es gibt eben auch Cis-Frauen, die deutlich größer sind als ich. Und die haben natürlich einen Vorteil im Basketball gegenüber mir, weil ich bin ziemlich Durchschnittgröße. Und das ist halt sehr unterschiedlich an Menschen und nicht an Geschlechtern. Das finde ich schön, wenn wir danach mal ein bisschen gehen würden. Und so halt Inklusivität auch leben würden. Dass wir sagen würden, okay, scheißegal, welches Geschlecht du hast, du kannst beim Sportarten mitmachen. Hier wirst du aber dann einsortiert nach eben deinen körperlichen Gegebenheiten. Wäre halt einmal deutlich inklusiver und zweitens deutlich fairer und weniger willkürlich. Aber ich habe das Gefühl, es wird halt wieder nicht an der Lösung gearbeitet, sondern nur wieder Transmenschen sollen ausgeschlossen werden. Deswegen möchte man zum Beispiel extra Kategorien, wenn man in extra Kategorien steckt. Aber finde mal genug Transmenschen, die irgendeinen Profisport machen, um dann eine extra Kategorie zu machen im Olympia. Du hast ja keine Chance. Du hast ja da alle Transmenschen, die dann Stabhochsprung machen. Hast du dann in dieser Kategorie, weil du einfach keine Konkurrenz hast, weil es gibt einfach nur die paar. Das ist halt so ab von der Realität und halt auch wieder diskriminierend. Es ist halt einfach so, wir wollen euch nicht hier im richtigen Sport. Ihr seid an der Einzelnen.